Heute machen wir mal die Gustav Box Oktober auf, wie ihr sehen könnt. Ah, hier ist die Giste dahin, guck. Ist was für ein Jahr. Die kosten monatlich 15 Euro, ist auch kein Sponsor, ich zahle es auch selbst. Und packen wir jetzt mal aus. Und heute ist Donnerstag. Und ich hab gleich noch Kopfschmerzen. Und hier sehen wir halt, was da drin ist alles. Und auf jeden Fall ist der Wert der Wagenwert höher als die 15 Euro jeweils. Und das heißt, das finde ich gut. Und man bekommt halt nur Neues da. Und hier sind auch andere Rezepte. Und hier bin ich mal gespannt, was wir alles da drin haben. Ich helfe noch einmal. Oh Leckerheit auf Mika. Ich spreche nicht Berlin. Ist gut für Paare oder so. Kann man ja Freundinnen finden. Aber ich hab ja keine Freundin. Falls ich eine Gistin oder was ich, wie du heißt. Interesse welcher mehr hast, dann kannst du vielleicht mich kennenlernen. Hier, ähm, wie du das schreiben. Und dann können wir euch mal kennenlernen. Ah, weil Uhrweiße. Ja, das ist gut, 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 gut. Lecker. Gucken wir mal mal hier. Das ist doch wieder eine Glühlenverfahle. Schön verpackt für den Vorgänger. Von Pizzolo und Nava Petalium. Ich mag hier die Himmianoden. Dann haben wir hier... Ja, der Hintos. Potilias. Und... Ach, Schorbrett. Traditionell Schorbrett. Das heißt, Käse mit richtig viel Butter drin. Ja, also... Garst du das heißt, da muss man so ein paar wenig viel essen von Weiler sind. Ein Stück hat 104 Kalorien. Das ist... Das sind... 180 Gramm. Wenn man da... Neues Stück voll isst. Ja, da hat man... 1000 Kalorien voll. Das heißt, da muss man mindestens eine Stunde oder zwei Stunden auf Laufwand oder Rad fahren oder so. Dann haben wir hier was zu trinken. Jetzt machen wir Kokosmilch. Von The One Nature. Und dann haben wir jetzt die Kamera nachgucken. Dann haben wir hier Tika Masala. Ähm... Ja, Wölzpaste für indisches Tika Masala Gericht. Es ist mit... Joghurt und so. Also... Ja, wollen wir mal ausprobieren. Dann haben wir hier eine Konserve. Ja, klinische Tomaten. Tomatenwürfel. Für... äh... Tomatensowater, Tomatensauce. Wer der soll trinken? Und zwar... Ja, Mineralwasser. Von Glasso. Hier. Mh... Erdnussbutter. Guck, wie es schmeckt. Und jetzt das Letzte, wie es ausschaut. Happy Day. Super, Superfood. Ähm... Saft. Das ist alles, das mal drin ist. Wir sehen können nichts mehr drin. Ja. Aber jetzt ist noch nicht mehr drin. Ich mache mich mal ein bisschen zu. Ich mache es nochmal back. Und jetzt wollen wir die Rinderwärmen. Und jetzt machen wir raus. So, die Blase drehen und wollen das mal ausprobieren und zwar probieren wir jetzt mal die Shortbread. Einhalten Klicks von der ganzen Buchen. Sehen die Klicks aus? Recht weiß? Hm. So, die sind enorm gutter, gutter. So. 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 Schmeckt echt gut. Keks, mal gucken, wie es damit schmeckt. Vierter Keks. Schmeckt halt so nach Erdnussbutter. Ich mag so Erdnüsse. Also Erdnussbutter esse ich sehr selten. Und vielleicht verwende ich das auf Smoothies. Ja, genau. Smoothies verwende ich das genau. Gute Idee. Was probieren wir noch? Ja, probieren wir noch jetzt mal Kokosmilch. Schmeckt ganz gut. Kokos mag ich. Kann man trinken, kann ich empfehlen. Ja, das ist sehr gut. Ich muss mal aufbacken. Dann werde ich nicht machen. Das dauert zu lange. Und ja, dann sag ich mal, das war's mit probieren jetzt. Und falls ich wieder gefahren habe, am Hof war ich da runter. Dann bis nächstes Mal. Und tanze bitte und bleib fit. Und wünsche mir viel Spaß für Halloween. Das sage ich mir jetzt das nächste Mal. Tanze bitte so und dann. Tschüss Sikowski. Bye bye.